Also wir müssen stellen, ich brauche heute beide die 600.000, äh, 500.000 knapp. Ja, das ist ja schwach, man. Wir machen heute beide die 500.000 voll, oder Steini? Ja, alles andere wäre feinlich. Ja, also, Freunde, prüft euch. Ganz ehrlich, alles andere wäre feinlich. Alles andere brauchen wir auch keinen Crewsteamer machen, ganz ehrlich. Dann lohnt sich das für uns alle, ne? Dann lohnt sich die Dreireihe nicht. 50k-Lightning. Was war das damals, du hättest nicht mal so 10.000 abfahrt, ne? Abfahrt. Ist da. So, Best of the Post, Best Hot. Wir wissen nicht, was drin ist. Blau. Ja, wir haben aber wieder keine. Ach, du bist da, okay. Ich weiß aber nicht, wer drin ist. Ich schau mal auf Twitter. Dilje. Bra. Bra, bra, bra. Den kannst aber richtig gut, ne? The players from already released, Team of Season scores are now available. Achtung. Ja, Moment, ich mach grad mal die Packs noch hinzu. Der Internet geht grad nicht so. Hier. Ja, also es ist das, was geleakt war. Oblak, Van Dijk, Koulibaly, Kimmich, Silva, Reus, Pepe, Havertz, Ronaldo, Messi, Mbappé, Messi, Ronaldo nicht drin? Doch. Also wenn's jetzt blau wird, dann wird's Spanien. Ja, aber da ist ein Oblass. Puscht alle blau in den Chat. Hashtag Blue. Hashtag Blue. Hashtag Blue. Hashtag Blue. Hashtag Blue. Ja, aber es geht halt leider echt nix. Trotz Wormel Höwedes. Als Wormel Höwedes. Als Wormel wöchentliche Aufgabe jetzt ehrlich? Nulls. Walkout! Komm, blau! Wer ist es? Ahhhh. Eiken. Walkout! Walkout! Torwart Lördis! Walkout! Lass ihn stehen! Lass ihn stehen! Das ist ein Walkout! Lass ihn stehen! Bin ich da gerade am Angeln gemacht? Oh, ich hatte einen 50k weg ohne Schlitz. Lass mal Steini bei uns im Walkout drin. Lass mal Steini auf seinem Angelstuhl. Walkout! Das ist viel geil. Lördis hat mich provoziert. Wichser, der. Stabines Pet, Bro. Der ist voll langsam hier. Was ist denn da los? Komm Steini, zeig mal was. Komm, Bro. Es geht rum. Komm Steini. Blau! Blau! Komm! Spanien! England! Hä? Er gehört! Hä? 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 Wer ist denn best of the best Tots? Hä? Nein, da ist doch kein anderes Tots dabei. Wie krass ist er denn? Ja, aber wer ist der? Rangers, oder nicht? Was? Noch ein Tots zu ziehen? Hä? Schottische Liga, oder was? Oh mein Gott. Das wäre ja frech, Ding. Rest of the World Squad. Das ist ja frech. Halt's Maul. Was ist das denn für Spieler? Das ist ja frech. Alter, was? Einfach, warte. Einfach Terror, ne? Aua, du das will. Alter. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Aber 10% Wahrscheinlichkeit. Ja, aber wahrscheinlich halt nur wenn du tippen. Wähler. 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 Der beste Wähler, den du ziehen kannst. Wow. Das war aber der zweitbeste oder sowas. Was ist das denn? Ey. Lass Casinos gehen. Ja, Kreuzmaul. Ich zieh heute keine Lightning Rounds, ne? Sorry Männer. Die 1000 Baller, ich Casino, 100 Euro Drücker. Und dafür Schmidt Zwingen liegt. Das ist ja ein Problem. Statt, die setzt man da einen Walkout hin. Stimmt! In den Rewards waren auch noch die Wichser. Ach ja! Dafür muss man Elite kommen. Man! Elite gleich Best of the Best. Was willst du mir da einziehen? Ja. Noch nicht jetzt. Man. Alle guten Dinger sind drei. Ich muss noch... Simon. Team Simon. Komm. Die Simons können das. Aber du hattest grad nen Walkout, oder? Davor nicht. Das ist so dumm, Alter. Ich würde schon gern vieler. Kannst ruhig streichen. Halt da los. Halt da ruhig Lolo. Ja! Die hat einer! Come on ey! In Form! Halb jetzt da! Wer ist es? Oh der ist gut! Oh Paulinho! Hey! Für das Tots ist der okay. Ja! Besser als beim Andratus. Hä? Cavani dahinter? Okay ich geb Gas bei dir. Lasst alle einen Daumen nach oben auf den Streamblatt. 10.000 Likes sind geknackt. Let's go! Huggert euch den Merch-Shop. Link in der Beschreibung. Nice. Lampen ist ab. Sofort verfügbar. 10.000 Rabatt mit dem Code Gaming! Auf den nächsten Walkout! Jawoll! Blau! Okay aber ich muss weitergeben. Das Ding ist so ranzig. Parero. Das ist so ranzig. Halb. Benji. Das ist scheiße. Das ist so ranzig. Du kennst keinen Spieler davon. Oh wow! Blau! Ja! Komm schon! Bitte nicht kacke. Ha! Ha! Scheiße! 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 Stell dir vor das wäre jetzt der erste gewesen. Wir würden nicht wissen, dass der Rest of the World drinne wäre. Der wird's. Scheiße! Scheiße! Sei froh, dass wir das bei dem Verein gesehen haben. Sonst wär's glaub ich hier. Ach Alter! Ich hätt schon den Baseball stehen. Ja, ich hätt schon Blatt gezogen. Simon, Simon, kein Kopf mehr. Und dann wär's nur der Torwart. Ich hätt mein Arschloch gezeigt. Gibt's nen Portugiesischen Schürmer noch? Ach, Alter! Chat, müssen wir unbedingt abchecken. Ach, Scheiße! Was ist das denn, wenn's Scheiß trägt? Ach, die Scheiße! Chat, gibt's nen Portugiesischen Schürmer noch in dem hunden Totten? Scheiße! Halt's Maul! Bitte vorher abchecken. Ich hab grad England grad auch erst Tencho gedacht direkt. Ja, Workout! Jawohl! Jetzt kommt er! Also, ich bin raus für heute, Männer! Eingeschütter! Chatoni! Demokratie ausgezogen! Das ist da! Demo-Chunee! Komm, stell's dann dahin, Timi! Alter, das hat mich grad mehr Zeit verbrutt gemacht! Wer hat mich wirklich raus, denn ich stirbt! Das kann nicht sein! Liege, Alter, was ist das denn? Scheiße! Ach, du Kacke! Halt's Maul! Das ist doch ja wahr sein! Was ist denn die Härte? Das ist ja die Härte! Vor allen Dingen so völlig auf Undercover! Ey, die Mikes haste! Welche hab ich denn hier? Ah, den! Ist das Drowski seiner? Ja, mach einfach! Mach einfach blau! German Barrelstars! Ja, wir kennen dich noch! Du hast gewonnen, ne? In dem Ding, aber haben wir da einen Insta-Name gehabt? Ja, hatten wir, ne? Hau die einfachen Race of the World raus! Beim Best of the Best! H-U-R-E-N-S-Ö-H-N-I! Mannheims! Ja, ich muss das abgeben! Ich hab Herzinfarkt, ne? Ich dachte, ich hab die Liege so leichte! Mach mal bitte irgendeinen guten Track jetzt rein! Ey, wie geil wär jetzt so ein Glory jetzt! Digga, das ist ein guter Track! Was weißt du, was spätestens? Wie war es denn noch damals mit dieser K1-Track? Boah, Louis 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 Louis! Ja! Oder Dings, all of the lights! Das waren Zeiten, Alter! Scheiß, Juni! Walkout, komm! Komm, blau! Wieder, ja! Walkout, Info! Oh, 800, oder? Da kann ja immer Brasilien, ne? Lalalalalala! Aber da kann ja, wenn normaler Walkout, kann doch Kacken kommen, ne? Alle sind drin! Ist ja jetzt alles drin! Veil oder sowas vielleicht, doch! Es gibt, ja! Ey, Dings, es gibt auch einen französischen Totz-Stürmer, der nicht Mbappé ist! Nein! Warum machen die sowas? Ich weiß nicht! Die machen zu viel Auge, Alter! Komm, back to back, dann gebe ich ab! Fahr nach Hause! Da ist eh fertig, die sind eh leer! Ah, komm! Komm, krieg ich noch eins! Komm, Ronaldo! Aber das Menü lädt viel länger, wie das! Ja, ne? Und ich hab die alte Flasie, du hast die Pro! Viel länger! Ich hab die Alter einfach! Das war's! Das ist meine, Liga! Kamen irgendwelche SPCs, dann macht sehr Sinn! Das ist deine! Boah, sieht halt schon geil aus, ne? 99 Austausch! Ja, aber es gibt halt einfach bessere dafür, ne? Ich mein, klar, sieht gut aus, aber... Gibt halt echt Höwedes als Totz! Geil! Boah! Der Rossi ist auch kein Stuttgart, Digga! Hab ich schon gar nicht gesagt! Ja, Höwedes ist doch kein Stuttgart! Höwedes ist doch kein Stuttgart! Höwedes spielt in Russland, Bruder! Ach du Scheiße! Stuttgart! Guckst du wo? Wer ist denn der andere bei Stuttgart? Badstuber? Badstuber meine ich, sorry! Ja, nah dran! Sollen wir wo bestellen? Das ist zunächst noch Land! Aber Geschwindigkeitstechnik sind sie auf einer Höhe wahrscheinlich! Karoeni! Was willst du denn essen? Ey, hab hier ein paar Totz auf der Dings noch, ne? Ein paar! Ja, für die SPC auch oben! Ach du Scheiße! 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 Da haben die 4 Seiten Totz einfach! Ja und der ganze Verein ist auch noch voll mit Totz! Oh shit! 6 Millionen gekauft für 15! Nice! Hauptsache Ronaldo ist noch 15 wert! Und die sind alle gedroppt, Alter! Ist Ronny auf dem Markt? Was ich gar nicht hier gekauft hab? Hätt er ihn jetzt drauf gestellt und hätte ich ihn nicht getötet! Ja auch mit dem Auge zu machen! Ey, geh mal Matthäus, genauso hart! Tut genauso weh! Für 5,1 gekauft! Und dann kam die SPC! Ahhhhh! Wallallololo! Wallallololo! Hat er dann gesungen! Ey! Ich kann's auch! 7,3! Oh! Ja! Wobei! Loll ich kann meinen abgeben! Ich hab 6 Millionen bezahlt! Aber ey! 6,9! 4! Guck mal was hier noch alles drin ist! Krass! Die sind voll gestiegen! Warum? Unser Verein ist so hart! Ich hab den für 4! Ich hab den gestern geholt! Gestern mit dem für 4 und Dings für 6! Die sind doch einfach krass die Leute! Ja! Ich find sich echt geil! Alles klar Jungs! Dann! Lasst doch mal einen Daumen da! Falls euch das ganze gefallen hat! Wir gehen jetzt nämlich offline! Wir streamen heute nicht weiter! Kurs geht raus! Inshallah Mashallah! Bis zum nächsten Mal! Euer Christian! Ich hab den